Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Zelensky streicht Auslandsreisen wegen Lage in Scharkiv. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat aufgrund der eskalierenden Situation in der ostukrainischen Stadt Scharkiv alle geplanten Auslandsreisen abgesagt. In einer öffentlichen Ansprache betonte Zelensky die Dringlichkeit, seine Prioritäten auf die nationale Sicherheit und die humanitäre Lage im eigenen Land zu konzentrieren. Diese Entscheidung trifft inmitten heftiger Kämpfe und zunehmender humanitärer Herausforderungen, die durch die jüngste russische Offensive verschärft wurden. Die aktuellen Entwicklungen in Scharkiv Scharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ist seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 ein Brennpunkt der militärischen Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften. Die Stadt erlebte in den letzten Wochen eine Intensivierung der Kämpfe, begleitet von massiven Artillerieangriffen und Bombardierungen seitens der russischen Armee. Dies hat nicht nur zur Zerstörung wesentlicher Infrastruktur geführt, sondern auch die zivile Bevölkerung in eine äußerst prekäre Lage gebracht. Laut Berichten des ukrainischen Innenministeriums wurden allein in den letzten zwei Wochen mehr als 300 zivile Opfer registriert. Zudem ist die Zahl der Binnenflüchtlinge enorm gestiegen, da Bewohner in sicherere Regionen in der Westukraine fliehen. Die humanitären Organisationen vor Ort, darunter das Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen, melden einen massiven Anstieg an Hilfsbedürftigen. Reaktionen und Maßnahmen seitens der ukrainischen Regierung Präsident Zelensky betonte in seiner Ansprache, dass die Sicherheit der Bürger und die Verteidigung des Landes höchste Priorität haben. Er appellierte an die internationale Gemeinschaft und an die Partnerländer der Ukraine, die Unterstützung in Form von humanitärer Hilfe und militärischen Ressourcen zu intensivieren. Unsere Hauptaufgabe besteht jetzt darin, die Bevölkerung zu schützen und die Kontrolle über unsere Städte zu behalten. Die Situation in Scharkiv ist alarmierend und wir müssen alle verfügbaren Kräfte mobilisieren, um weitere Verluste zu verhindern, erklärte Zelensky. Internationale Reaktionen und Unterstützung Die Eskalation in Scharkiv hat eine Welle internationaler Reaktionen ausgelöst. Der US-Präsident und europäische Staatsoberhäupter bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine und verurteilten das Vorgehen Russlands scharf. Die NATO kündigte an, weitere Militärhilfen in die Ukraine zu entsenden, darunter moderne Waffensysteme und Verteidigungstechnologie. Auch die humanitäre Unterstützung wird verstärkt. Die Europäische Union hat ein Soforthilfepaket in Höhe von 500 Millionen Euro genehmigt, um die humanitäre Krise in Scharkiv und anderen betroffenen Regionen zu lindern. Diese Gelder sollen für medizinische Versorgung, Lebensmittel und die Instanzsetzung zerstörter Infrastruktur verwendet werden. Die Rolle der Medien und die Informationsverbreitung Die Berichterstattung über die Ereignisse in Scharkiv wird von internationalen und lokalen Medien sorgfältig verfolgt. Ukrainische Journalisten sehen sich jedoch enormen Herausforderungen gegenüber, da sie in einem Kriegsgebiet arbeiten und oft unter Lebensgefahr berichten müssen. Trotz dieser Schwierigkeiten gelingt es ihnen, wichtige Informationen und Augenzeugenberichte zu liefern, die das globale Verständnis der Situation erheblich verbessern. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters wird die genaue Beobachtung der Geschehnisse in Scharkiv als entscheidend erachtet, um die internationale Gemeinschaft über die Verbrechen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu informieren. Zudem spielt die Berichterstattung eine Schlüsselrolle bei der Mobilisierung von Hilfsmaßnahmen und politischer Unterstützung. Fazit und Ausblick Die Entscheidung von Präsident Volodymyr Zelensky angesichts der Lage in Scharkiv, alle Auslandsreisen abzusagen, unterstreicht die gravierende Situation, in der sich die Ukraine befindet. Mit einem Fokus auf nationale Sicherheit und die humanitäre Krise zeigt diese Maßnahme die Dringlichkeit weiterer internationaler Unterstützung. Während die Kämpfe in Scharkiv weitergehen, bleibt unklar, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird. Das Engagement der internationalen Gemeinschaft und die Mobilisierung nationaler Ressourcen werden entscheidend sein, um die humanitäre Lage zu stabilisieren und eine weitere Eskalation zu verhindern. Die ukrainische Regierung ist fest entschlossen, ihre Bevölkerung zu schützen und die Integrität des Landes zu wahren. Gleichzeitig appelliert sie an die globale Gemeinschaft, ihre Unterstützung zu intensivieren und klar gegen die Aggressionen vorzugehen. Quellenangaben Ukrainisches Innenministerium Nachrichtenagentur Reuters Ärzte ohne Grenzen BBC News Europäische Union NATO Pressemitteilungen Mittwoch, 15. Mai, 24. Erhascht Autorin Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.